Willkommen in meinem Bettchen und heute heißt es stark bleiben. Aber das muss man als nicht völlig weggetretener in diesem Land ja sowieso schon jeden Tag. Meine Bettgenossen sind diesmal Olaf Scholz, Kevin Kühnert, Cem Özdemir und Steffi Lemke. Der Name sagt ihm vielleicht nichts, aber das ist unsere Umweltministrierende. Ein echtes Naturwunder. Zuerst aber mal ein kurzer Blick zurück in die Antike. Ein kleiner Heldengedenktag. Heute vor genau vier Jahren setzte die Münchner Polizei einen legendären Spruch ab auf Twitter. Da hatte jemand gefragt, ob es trotz der Corona-Regeln erlaubt sei, sich auf eine Parkbank zu setzen, um ein Buch zu lesen. Und darauf schrieben die Münchner Wachtmeister, ich zitiere, Nein, ein Buch auf einer Bank lesen ist nicht erlaubt. So war das damals. Follow the Science war das Motto, Folge der Wissenschaft, weil die sich ja niemals irrt. Das schwören wir beim Heiligen Drosten. Und wissen Sie, da kann ich gut verstehen, warum unsere Bundesregierung keine, aber auch gar keine Lust hat, die Corona-Politik auch nur ein bisschen aufzuarbeiten. Weil, das wäre ja so, als ob man sich eine Stuhlprobe von vor vier Jahren nimmt, um mal gründlich dran zu schnuppern, was man damals so Schönes produziert hat. Da hält man sich doch lieber an das neue Bundesmotto. Das heißt jetzt statt Follow the Science einfach nur noch Fuck you. Danke, immer gerne. Die SPD hat gerade eh ganz andere Sorgen. Und die haben auch was mit der Historie zu tun. Gerhard Schröder wird heute 80 Jahre alt. Aber die Genossen schämen sich für ihn. Und zwar so intensiv, wie sich die meisten Deutschen inzwischen für die Genossen schämen. Was hat Schröder gemacht? Er steht bis heute zu seinem Saunafreund Putin, ganz anders als der Rest seiner Partei. Schröders Freunde fanden Putin lange auch ganz toll. Aber jetzt sehen Sie es natürlich, sehen Sie es anders. Das ist der Unterschied zwischen Putin und Corona. Bei Putin wird nach jahrelangem intensiven Kuscheln tatsächlich auch mal umgedacht. Was natürlich etwas leichter ist, weil auf Putin schimpfen nicht so weh tut, wie wenn man, wie es bei Corona wäre, auf sich selber schimpfen müsste. Jedenfalls in Deutschlands ältester Partei, da werden jetzt die harten Bandagen ausgepackt. Generalsekretärchen Kevin Kühnert hat Schröder schon massive Vergeltung angedroht. Er will ihm, kein Witz, nicht zum Geburtstag gratulieren. Das soll mal noch einer sagen, in der Politik gibt's keinen Rückgrat mehr. Also ich finde für seine todesmutige Gratulationsverweigerung, da gebührt Herrn Kühnert mindestens der Stauffenbergorden am Regenbogenband. Ich bin so beeindruckt. Ich könnte mich vor Begeisterung direkt auf eine Parkbank setzen. Aber ohne Buch. Ich will ja keinen Ärger mit den Münchner Kommissaren. Und wo wir gerade bei historischen Terminen sind? Bundesschweige Kanzler Scholz hat endlich wahrgemacht, was er seit Jahren verspricht. Vorangehen. Das ist ja die neue deutsche Staatsräson, ob beim Klima, bei der Energie, beim Endkampf gegen Rechts. Wir gehen überall voran und zeigen es dem Rest der Welt. Leider ging das bislang meistens in die Hose. Aber jetzt, da gab es den Durchbruch. Kanzler Scholz hat es weltweit auf den Spitzenplatz geschafft. Und zwar bei einer Umfrage der New York Times. Die wollte wissen, wer ist der unbeliebteste Regierungschef aller demokratischen Länder. Und? Bingo. Olaf Scholz liegt deutlich auf Platz 1. Keiner seiner Kollegen wird weniger gemocht als unser Doppelwumser. Glückwunsch zu diesem hochverdienten Sieg. Und bei aller Häme machen Sie sich bitte keine Sorgen, dass diese sensationelle Pleite den armen Scholzer in der Seele schmerzen könnte. Wir wissen doch alle, von der Außenwelt kriegt er schon lange kaum noch was mit. Da geht es ihm wie seinem Ampelkollegen Cem Özdemir, unserem obersten Landwirtschaftshelfer. Der hauptberufliche Spezialist für Fauna und Flora, der sich als Grüner natürlich brennend für die Natur interessiert, hat auf Instagram die Woche ein Foto gepostet, das ihn dabei zeigt, wie er auf seinem Balkon ein paar Bambuspflanzen aufstellt. Darunter schrieb er, und ich zitiere, mein Balkon wird so zu einem Buffet für Bienen und andere nützliche Insekten. Tolle Idee. Sie hat nur einen kleinen Haken. Die Blüten des bei uns verbreiteten Bambus produzieren weder Pollen noch Nektar. Das Kraut nützt den Bienen und anderen Insekten darum exakt genauso viel wie ein Topf mit Plastiktulpen. Das ist unser Landwirtschaftsminister und ich denke, der hilft ihm wohl nur noch beten. Oder es hilft uns ein Blick in die Bibel, in die Offenbarung des Johannes. Das ist der mit den apokalyptischen Reitern. Und da hätten wir jetzt einen neuen. Ich sage es mal im blumigen Stil des Kollegen Johannes. Da sah ich und siehe ein grünes Pferd und der auf ihm saß, hatte eine Clownsnase. Na dann, höher. Und dann bekommen wir ja noch bald Zuwanderer, neue Zuwanderer aus Afrika. 20.000 Elefanten. Die will die Regierung von Botswana nach Deutschland schicken, als Vergeltung dafür, dass Umweltministerin, wie heißt sie, Steffi Lemke, also als Vergeltung dafür, dass die grüne Kanone den Import von Großwildtrophäen einschränken möchte. Das hat sie vor zwei Jahren angekündigt. Und dann hat sie das gemacht, was man in Deutschland so halt macht, wenn man was ankündigt, nämlich nichts. Da waren die Belgier aber schneller. Die haben die Trophäeneinfuhr schon Anfang des Jahres verboten, aber da es vermutlich noch weniger Belgier als Elefanten gibt, fiel das vielleicht nicht so ins Gewicht. Die Botswaner haben aber offenbar schon jetzt den Rüssel voll von all der weißen Weltenrettung. Nun ist das mit der Großwildjagd jetzt ein wirklich schönes Thema. Aber am Ende des Tages sieht es so aus. Entweder die Länder, in denen diese Tiere leben, verdienen gutes Geld mit Großwildjägern, die es, warum auch immer, glücklich macht, einen Elefanten abzuschießen. Dann lohnt es sich für die Menschen dort, Elefanten zu halten. Oder aber man verbietet ihnen, mit den Tieren Geld zu verdienen. Dann werden die in den meisten Gegenden entweder von Wilderern getötet oder von den Einheimischen, denen sie die Äcker zertrampeln. Unschön, aber so ist nun mal die Welt. Steffi Lemke hat sich treudeutsch für die moralische Lösung entschieden. Weltenrettung per Verbot. Dass die Elefantenbestände dadurch nicht gerettet werden, sondern im Gegenteil erst recht dezimiert, das war für Frau Lemke leider zu komplex. Aber wenn sie sich für die Realität interessieren würde, dann hätte sie bei den Grünen ja niemals Karriere machen können. Jedenfalls hat unser Land jetzt einen neuen Gipfel der Peinlichkeit errungen, weil sich ausgerechnet unsere Vielfaltsregierung beim Umweltretten von einem afrikanischen Land vorwerfen lassen muss, weiße, kolonialistische Besserwisser zu sein. Denn Frau Lemke rudert schon fleißig zurück. Ihr ist nach mehreren Tagen harten Nachdenkens eingefallen, dass das Ganze ein EU-Thema ist und dass die ausgestopften Elefantenköpfe noch gar nicht betroffen sind. Dass sie selbst eine Verschärfung angekündigt hat, vergessen. Der Skandal ist trotzdem angerichtet und ich bin gespannt, wie die aus dem Schlamassel wieder rauskommen. Meine Prognose wäre, so wie immer, durch konsequentes Wegscholzen. Auf Deutsch durch ignorieren. Die werden ganz schön staunen, die Botswaner. Aber warum soll es denen auch besser gehen als uns? Mir persönlich würde es aber schon sehr viel besser gehen, wenn Sie dieses Video liken. Und wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Live-Termine der Woche. Wittenberg, Eisleben, Bernburg, dann St. Augustin, Mönchengladbach, Dormagen, Aschaffenburg. Und damit wünsche ich Ihnen wie immer ein schulziges Gute Nacht, Deutschland.